Paula Modersohn-Becker-Museum Der Bremer Kaffeekaufmann und Kunstmerzen Ludwig Roselius war einer der wichtigsten Bewunderer der Malerin Paula Modersohn-Becker. 1924 beauftragte er seinen Lieblingsarchitekten und Bildhauer Bernhard Höthger mit dem Bau eines expressionistischen Backsteinbaus. Es war weltweit das erste Museum, das explizit für eine Malerin erbaut wurde. Das Gebäude mit seinen organischen Formen kann selbst als Kunstwerk verstanden werden. Unregelmäßige Konturen, hervorspringende Klinker, aufgerissene Wände – der Besucher wird mit immer neuen Eindrücken überrascht. Allein aus diesem Grund lohnt ein Besuch. Der Zugang zum Museum führt durch eine Vorhalle. Sie öffnet sich gleich einer Grotte. Dahinter liegt der Handwerkerhof. Dass der expressionistische Bau von den Nationalsozialisten als entartet abgelehnt wurde, dürfte nicht überraschen. In einer Rede auf dem Reichsparteitag von 1936 in Nürnberg forderte Hitler Ludwig Roselius auf, sich von der so wörtlich Böttcherstraßenkultur zu distanzieren. Als Beispiel für die schändliche Verfallskultur blieben das Haus sowie die benachbarten Gebäude jedoch erhalten. Den Abbruch der gesamten Straße besorgten im Zweiten Weltkrieg die Bomben der Alliierten. 1954 war das Haus wieder aufgebaut. Das Künstlerinnenmuseum zeigt das Hauptwerk von Modersohn Becker aus sämtlichen Schaffensperioden. Daneben präsentiert das Museum Exponate aus der umfangreichen Sammlung des Architekten und Bildhauers Bernhard Höttger. 1936 in Nürnberg